Moin, willkommen zu einer neuen Aufnahme-Video zur Season 22 und zwar zum Starttermin. Das ist, wie man hier sehen kann, der 20. November. Wir haben jetzt den 6. heute gerade, da kam das raus heute, also in 2 Wochen. Nicht eine Woche Pause, sondern 2 Wochen Pause. Also, in der Zeit kann man natürlich das neue Patch ein bisschen testen. Das wird sich dann zeigen. Wir werden hier gleich mal gucken, wann das rauskommt. Aber hier sieht man schon, dieses Update wird voraussichtlich am 10. November veröffentlicht. Das heißt, man hat anderthalb Wochen, um das Patch zu testen. Am 10. November, das wäre dann der Dienstag, kommt das Patch raus. Nächste Woche, Sonntag ist vorbei. Am 8. am 10. das neue Patch und dann am 20. 10 Tage bis zur neuen Season. So, so sieht die aus, die Season 22. Mal gucken, ob wir hier da irgendwie was... Ja, beim Tier ist auch wieder... Der trägt die Kiste irgendwie. Mehr kann ich damit wirklich nicht erkennen. Ja, gut. Also, Inhaltsverzeichnis hier von dieser Seite erstmal. Saisonthema. Das sind die Pylonen und Schreine aktivieren diese Schattenklone. Hier, da ist er in Rot, die dann bestimmte Skills haben, wie man es eben kennt. Er kann als Würfel einen vierten Platz, also zusätzlich dazu. Also, es gibt quasi zwei Saisonthemen. Hier, das ist dieser mit einem Stern gekennzeichnete Slot, wo man alles reinpacken kann. Dann haben wir kosmetische Belohnungen. Mit der Season 17 haben wir zum ersten Mal Belohnungen zurückgeholt. Dann haben wir jetzt auch. So, das ist dieses mit diesem komischen... Ja, das Teil, Erz, blablabla. Und diese Flagge. So, dann haben wir hier zusätzlich zu Kopf und Schulter schlussenglösen Sets des Eroberers. Können eine Reihe von Porträts thematische Geschichten der Zählerflagge aus Season 11 10 verdienen. Genau, aber das ist das neue Porträt. Nee, das ist keine Kiste, das ist ein Buch. Das ist ein Buch. Naja. Ob das nur so toll ist. Welchen wir sehen. Belohnungen für die Saisonreise, blablabla. Kleinod macht der Finish. Werte drei Legen. Der Gegner scheint auf 55 Euro. Alles kein Problem hier. Abräumer, Leben geht weiter und so weiter und so fort. Wichtig sind die Errungenschaften eigentlich. Wir haben Sprinter für Akt 1 bis 5 in unter einer Stunde. Bossmodus. Eine Klasse für sich. Ist auch das Richtige für uns. Also wieder Bossmodus. Alle Bosse innerhalb von 20 Sekunden. Nicht alle, aber fast alle. Mineralien sammeln. Blablabla. Hotelomadie. Diversite Meister. Blablabla. Also nix besonderes. Hedricks Geschenk. Ist nun auch wichtig. Das sind jetzt die alle neuen Sets. Also Horde der 90 Wilden. Für den Barbar. Aegis der Tapferkeit. Für den Kreuzritter. Getriebe des Schreckens. Immer noch geiler Dabe. Für den Dämonenjäger. Mönch. Muster der Gerechtigkeit. Hexendoktor. Mununugus. Ornat. Piphonschleicher für den Zauberer. Und Maskerade des brennenden Karteweins. Für den Totenbeschwörer. Das sind alle neuen Sets. Gut. Für den WD, mit dem ich wahrscheinlich wieder starten werde, ist das nicht schlecht. Man kann da auch ein Speedbild draus bauen. Also man macht da schon ordentlich Schaden von Anfang an. Und es ist immer noch das Best in Slot für Pushing. Also da wird man ordentlich was machen können. Hier. Mönch. Wird auch schnell ein Farmbild draus basteln können. Wenn man das denn benutzt. Patchnotes für 2.6.10. Sieht man hier. Blablabla. Saisonsgegenstände. Überhobene Fehler. Blablabla. Seasons. Blablabla. Schatten der Vergangenheit. Das sind die Bills, die es dann geben wird. Die bleiben eine Minute lang. Bis sie sterben. Oder bis ich sterbe. Bis der Charakter stirbt. Umklammende Toten. Ich weiß nicht, ob sie da jetzt was geändert haben. Hier. Piranhas sind dabei. Piranhas auch. Dreimal Piranhas. Okay. So. Gehen wir mal weiter. Hier. Könnt ihr euch selber durchleufen. Kanais Cube. Wird in diesem Sinne auf dem 4. Platz verfügen. Blablabla. Haben wir alles schon gesehen. Allgemein. Herzgeschenk. Wir werden ein Klassenset. So eine Liege. Und ein neuen Charakter. Rotationsprinzip. Steinpanzerschuhe. Können jetzt von allen Klassen gefunden werden. Und Paragon Gold von Bonus wird geändert zum Goldsammelradius von 0,1 pro Punkt. Soll heißen. Bei 50 eingesetzten Punkten maximal auf Paragon 800, sag ich mal. Kann man da 5 Meter mit rausholen. 5 Meter hört sich jetzt nicht so viel an. Aber für manche Klassen ist das schon sehr geil. Weil wenn man ohne irgendwelchen Radius auf den Items hat, dann so schon 5 Punkte. Also Meter Radius. Und wenn man 20 drauf hat, dann hat man 25. Und das macht dann doch einen großen Unterschied. Änderung an Gegenständen. Also. Wollen wir mal gucken. Hier steht leider nichts mehr drin, ob die das irgendwie geändert haben. Neuer Gegenstand. Gelmindors Markschützer von Simnakrin. Gewirkte Knochenschwer. Verursachen 300 bis 400 Prozent mehr Schaden. Elfenbeinturm. Erhöhen jetzt die Schaden von Himmelsfeuern. Was zweieinhalbfache. Mantel des Kanatisierens. Eine Sekunde bevor er aktiviert wird, wird entfernt. Okay. Das verdorben ist schwer. Das sind diese Energiewirbel. 125 bis 150 Prozent mehr Schaden. Dann haben wir dieses Gerzter Siegel-Siegel-Zeichen. 200 bis 250. Fragment der Bestimmung. Das ist 50 Prozent schneller für Kernzauber. Das ist das für den... Ah! Mage! Weil Text zurechtweist. Energiewirbel bewegt sich jetzt geradlinig. Verursacht nochmal mehr Schaden. Wintereile, bla bla bla. Zauberdorn. Angriffe. Aber scheiße. Und in die Vorhinein. Die Arcane-Kuh-Ursachen mehr Schaden. Verseres Obus Magen. Der Set-Bonus wird von 850 auf 12.500 Prozent erhöht. Typ-Unschleicher. Set-Teile auch. Gütenereife. Arcans-Rüstung. Der Set-Bonus. Sechs Teile wird von 1500 auf 2000 Schadens-Bonus erhöht. Okay. Das ist nicht noch in den alten Anlassgang. Rodels Vermächtnis wird auch von 13 auf 17.500 erhöht. Sowals wütender Eifer. Naja gut. Suche des Lichts. Sechs Teile. Oh. Haben sie ja erniedrigt von 12 auf 15. Würde des geheimes Schatzseil. Fürsinn ist ein Bombardement von AHK. 4.500. Tötliches Drama. Auch 4.500. Dawn des Ansuchers. Ne, das war das hier. Genau. Das war das hier. Dawn des Ansuchers. Das ist 350 auf 90. Das haben sie so gelassen. Und von 15 auf 67.000. Das haben sie auch so gelassen. Majumas Pfad. Haben sie auch so gelassen. 400 auf 2000%. 25%. Das haben sie auch so gelassen. Das ist also nutzlos eigentlich. Macht nicht viel. Neues. Neuer Gegenstand. Das ist das Mojo. Für die Bären. Auch 100 bis 150% haben sie so gelassen. Auch 8 Bären. Die weiter laufen. Haben sie alles so gelassen. Geist von Arachyr. Auch erhöht. Ebenso Höllenzahn, Hanisch. Walrosszahn. 75%. Und Schaden ist auch 6-7-fache. Haben sie auch alles so gelassen. Das Mantra. Blablabla. Haben sie so gelassen. Schenkungsgeist. Und das Geist. Gundugo. Und Klingel der Stimme. Blablabla. Haben sie alles so gelassen. Okay. Fehlerbehebungen und verschiedene Updates. Eingabe von Passwörter für mehr als 16 Zeichen. Blablabla. Wurde zusammen bei Zauberdorne. Höhle gefroren. Cool. Wird jetzt vorgesehen auslösen. Blablabla. Gesehen. Da haben sie sich selbst noch 63 Zielen. Haben sie auch alles so gelassen. ältere Gegenstände jetzt vorgesehenen neuen Gegenständen stapelbar. Sind wie? Sind jetzt wie vorgesehen mit den neuen Gegenständen stapelbar? Aha. Ältere Gegenstände sind jetzt wie vorgesehen mit diesen neuen Gegenständen stapelbar. Gundugo. Hä? Verstehe ich nicht. Stapelbar? Was meinen die damit? Aber egal. Ich sage nicht so will. Das war eine Fehlerbehebungen. Denn die dann Todbeschwörter für Blablabla. Wieso? Hauen die dann nicht vorgesehen. Gut. Das war's. Wichtig ist halt, dass am 20. November die Season startet. Ich werde wieder WD spielen. Mal gucken, ob ich da eine schicke Gruppe zusammenkriege. Ob man da irgendwie mal wieder schön in der Gruppe starten kann. Das ist noch zwei Wochen hin. Da kann man noch ordentlich was organisieren. Ansonsten, wenn ihr Spaß habt, könnt ihr noch eine Non-Season ein bisschen das Patch dann ab nächsten Dienstag austesten und dann am 20. neu in die Season starten. Bei Fragen sorgen nötende Anträge alles in die Comments rein. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Good or���なんです. Untertitelung des ZDF, 2020